Die Firma Klymiuk Elektroanlagen in Fieberbrunn versteht sich als modernes Technologieunternehmen, das systemübergreifend komplexe Prozesse organisiert. Firmengründer Peter Klymiuk hat das Elektrohandwerk von der Pike auf gelernt. Gemeinsam mit seinem fachkundigen Team sucht er für jeden Kunden die ideale Lösung. Ob Sie nun Neuinstallationen planen, eine Komplettsanierung wünschen oder Ihre Anlagen zentral steuern wollen, Mit Klymiuk haben Sie den perfekten Partner für die Umsetzung gefunden. Und das Beste, von der Montage bis hin zur Verbesserung erhalten Sie hier sämtliche Leistungen aus einer Hand. Das Unternehmen besteht bereits seit 1981. Dieser große Erfahrungsschatz spiegelt sich auch in den umfassenden Beratungen wider. Bei Klymiuk kennt man die individuellen Bedürfnisse der Kunden und bietet fortschrittliche Technologie zu vernünftigen Preisen an. Klymiuk Elektroanlagen – profitieren Sie von der Philosophie des Ganzheitlichen.